hey leute leute lange haben wir uns nicht mehr gesehen aber ich muss machen ich muss ein weiteres video machen also ich hab fortnight geholt ja wir spielen jetzt fortnight ich zeig euch jetzt meinen spinnt ich bin ich habe gestartet von chapter 4 season 2 ich habe schon eine season gespielt also gehen wir jetzt mal hier zu meinem zu meinen skins ja hier sind meine skins hier ja hier sind alle skins battle pass skins sind hier noch drin muskelkater den gibt es hier in der season hier das war tatsächlich mein erster skin das war mein erster skin ja okay jetzt kommen wir zu den rückengegenständen ja hier ist auch alles bekannt ja das war mein erster hier das war mein erster rückengegenstand immer der ganz erste skin ist ja no skin ja hier sind halt die emotes dazu kommen wir später dass ich habe so viele emotes dann kommen wir jetzt zu den pingen also zu den spitzhacken ich glaube schon viele gute die gibt es nicht mehr hier ist und von summer escapes gibt es nicht mehr hier hier sind die gleiter ja ich habe den genommen weil der lustig ist habe nicht so viele nicht so ganz viele so dann sind hier sind hier die konnten denn streifen so hier gibt es halt ich habe irgendwie nur seltene ich habe nur seltene so jetzt kommen wir zu den emotes ich habe so viele emotes von so von season 1 ja von season 2 habe ich da welche nein so was gibt es dann hier noch sie sind fünf das der handzeichen die mode der fake loser tanz sie sind sechs ja hier wurde typos reingefügt sind sieben sind acht nee okay ich war mal auch mit diesen sie sind so hier gibt es dann alle die heißen die noch mal alle warte mal wie heißt die seemord reihe lasst mich mal gucken das ist die ikon rei ja sorry dass da ein bisschen überlegen musste ja das sind hier meine lackierung für die waffen ja hier sind eigentlich ganz viele so dann kommen wir hier zu musik ich habe ja keine musik weil ich gerade keinen bock habe hier und hier ist halt ja hier ist halt hier sind die hintergründe vom ladebildschirm ja kann man ja so sagen ist eigentlich ein guter spinn also da mal let's go ich ich will gerade nicht null bauen spielen also battle royale spielen nur null bauen soll ich dann spielen ja ich glaube wir spielen mal ein ffa spiel ja komm let's go ein ffa spiel tut immer gut let's go junge so auf erst mal gucke ich hier die waffen nee in privat nicht ich mache das schon in öffentlich mache das schon öffentlich hier mein level ist auf level 388 das ist ultra krass das ist zu krass jetzt ehrlich zu krass was ist das ganz krass ganz ganz krass so wir gehen jetzt rein let's go wir starten jetzt es geht jetzt schnell ihr könnt mal hier ganz kurz vor spur nach ach ich bin schon drin oha alle waffen gibt es hier nicht für minzen dann kann ich ja jetzt erstmal hier erstmal hier wer ist es mit bauen weil ich spiele junge katana gibt es hier ich liebe katana katana ist beste waffe und bummerang bummerang ist auch legendär legendär höh ich bin mit jemandem hier in einem team ich werde jetzt eh alle mit katana ermorden außer hier sind schwitzer oh schwitzer will ich nicht in der runde dann nehme ich mal hier eine pump die bessere kampfschutz fronte die ist ja ganz stark soll ich minigun holen nee minigun hole ich nicht minigun hole ich nicht ja minigun hole ich jetzt nicht ach nee ich bin ja jetzt schon alter hier geht die brust ab klein weh du knallst meinen teammate ab ich mach hier die sprungtaktik und jetzt weg zurück zur cartina WEH UIT der killt mich jetzt ich dachte Kleine Ahhhh ehrenlos gekillt ich hab ihn so ehrenlos gekillt ich hau ab ich hau ab ich hau Naja NA TOLL ganz tolle Sache. Ich bin direkt tot. Aber zum Glück habe ich schon einen Kill gemacht. Ich habe schon einen Kill gemacht. Nee. Nee. Ich wollte gerade mit dem Katana flüchten. Der hat mich ehrenlos gekillt. Das war ehrenloser Move. Er ist halt der Einzige hier mit Katana. Junge. Hör auf. Hör auf. Du hast keine Ahnung, mit welchen Waffen du spielst. Och nee. Och nee. Ey. Junge, das sind Schwitzer. Jetzt ehrlich. Das sind Schwitzer. Das müssen ja Schwitzer sein. Ich raste aus. Hm. Ich will mit Eule spielen. Nee, Eule ist eigentlich Bad. Bad Ideen. Schlechte Idee. Waffen. Kann ich auf die Racken den Rand der Nett gehen? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht der Nett. Zu nett ist auch ein bisschen verbunden. Hier sind auch Schwitzer drin. Bin ich so ein krasser Schwitzer? Wir spielen im Team. Das war unfair. Das war unfair, Junge. Das war so unfair. Okay, das war jetzt wirklich unfair. Ey. Müssen ja hier irgendwo sein. Hier gibt es ja Duo. Das ist ja Duo, Junge. Hör auf. Ich hab keinen Bock gegen dich. So Ehrenloser. Der sprayt nur. Der sprayt einfach nur, Junge. Mann. Mann. Schon keinen Bock mehr. Ich hab Bock auf eine andere Nettze. Jetzt reichst du mir. Was? Wen hast du denn da gekillt? Du bist gleich tot. Du weißt nicht, dass Kampfschutzlinke gut ist. Haha. Ich hab ihn so ehrenlos gekillt. Ey, was hat der da gemacht? Was hat der da gemacht? Keine Ahnung, was der da gemacht hat. War einfach nur hier rum. Okay, okay. Vielleicht camp ich in der Hälfte. Oder ist das eine schlechte Idee? Ich finde so eine schlechte Idee, was. Wegen dem Typ. Ja, der ist ein Schwitzer. Das ist ein Schwitzer. Gegen die sollte man sich nicht anlegen. Ey, Schwitzer sind scheiße. Es soll ein Peres 1 gegen 1 sein? Und was sind hier Schwitzer? Und ich hasse Schwitzen. Dieser Schwitzer ist mit jemandem in einem Team. Junge, da läuft jemand mit Picke rum. Da läuft jemand mit Picke rum. Vielleicht will der nur Frieden machen. Der hat ja jemanden gekillt. Vielleicht nicht. Nein. Oh mein Gott, das war gerade der... Oh mein Gott, es hat gerade gelenkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde es ehrlich sein. Hier könnte ich so einfach abrufen. Obfassen. Zum Glück, zum Glück bin ich nicht tot. Hier spielt jemand mit Schockwenden. Hier spielt jemand mit Schockwenden. Den werde ich jetzt mit Tartana killen. Junge! So ehrenlos! Ich bin hier einfach den Kee weg. Ich versuche ihn jetzt. Yes! Den Schwitzer gekillt. Noch einmal. Das muss ich mich erhielen. Oh mein Gott. Wenn der jetzt auf mich geht. Ich was da ist. Ich hab... Nein, nein. Schon wieder so ein dummer Leck. Was? Was war'n das? Ach du Scheiße. Ich sehe jetzt hier alles gescannt. Wie in unserem Teammate. Der eine macht Fäden. Okay. Ich camp bei dem. Ich camp bei dem jetzt. Vielleicht ist das ne gute Idee. Um in unserem Teammate zu campen. Ist hier grad so gefährlich. Ich hab' die jetzt halt alle gescannt. Und das ist halt easy. Jetzt gibt's Stress ey. Er hat auf... labbare Pamm. Und die macht so viel Schaden. Ist unfassbar. Wie viel Schaden die hier macht. Unfassbar. Jetzt ehrlich. Dieser Schwitzer hat doch keine Chance gegen mich. Vielleicht sollte ich mir auch die Eule holen. Dann kann ich die Gegner beobachten. Da läuft jemand rum. Ich hab' irgendwie auch Bock auf ne andere Map. Also geh' ich mal raus. Und jo. Okay. Ich bin wieder da. Ich hab' hier dumme Maps von meinem Freund. Bei... Die muss ich löschen von Favoriten. Ich hab' wirklich dumme Maps. Jo. Was mir hier einfällt. Hm. Kreativ vielleicht. Kreativ. Hier ist so... Hier sind so dumme Maps. So. Genden Banana. So. Only Up. Lass mal kurz Only Up spielen. Ich hab' Bock mal kurz Only Up zu spielen. Danach spielen wir was anderes. Let's go up Only Up. Let's go in privat. Spielen jetzt Only Up. Let's go. Let's go. Let's go, Junge. es geht jetzt endlich mal los so ok es geht jetzt los übrigens katana soll bald wieder reinkommen in battle royale und in null bound so das müssen wir only up spielen so let's go let's go ich hab das schon mal gespielt only up 2 only up 2 ist halt geil geiler als only up 1 versuch das jetzt schnell durchzuspielen besser ist der weg ja stimmt nein ich könnte mich auch retten och ne ok 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 schaffen wir schon nächstes mal versuche ich nicht runter zu fallen ich meine das ehrlich ich mach das hier nur für euch damit ich nicht runterfall mach hier den ganzen weg dann falle ich runter dann muss ich das ganze wiederholen holen ey das ist scheiße für euch wenn ich über 200 meter bin und ich dann abstürze dann spielen wir ein anderes spiel also über 200 ne über 300 über 300 über 300 das wird schwer bis zu 300 oh mein oh mein gott wieso ok 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 so wir sind schon bei den 100 metern oh ich raste aus ich raste aus ich versuche das jetzt schneller zu machen ich mach das jetzt schnell nur für euch nur für euch nur für euch Zuschauer ich will nicht dass ihr das Video hier ganz lange guckt und euch dann langweilig wird ich will ich natürlich nicht ich will dass ihr hier Spaß habt beim zugucken so und mein nächstes Ziel ist die 300 Abos zu knacken ach die 300 ja wir sind gerade so 200 ist eigentlich schon gut das wäre geil ich will nicht so viel Werbung machen hier ich bin nicht so ein YouTuber der so sagt abonniert jetzt alle so nein können das machen wir wenn ihr wollt ja wenn ich jetzt abkratze dann ist scheiße wenn ich hier jetzt abkratze dann ist ok ok wir machen das jetzt ganz schnell das wäre natürlich gut wenn ihr ein Abo da lasst ey ich habe halt ein Video gemacht und da waren 10.000 Aufrufe das ist dieses Pokémon Video oder so irgendwas mit 10.000 ich finde das so krass immer noch immer noch so krass einfach so krass ich mache das jetzt für euch schnell so let's go ich habe auch so eine lange Pause gemacht mit YouTube ey sorry an alle Abonnenten und an Zuschauer die mich die mir immer zuschauen ey ich entschuldige mich jetzt wirklich ich meine das jetzt ernst ok lass was anderes spielen kein Bock mehr kein Bock mehr ey ja an alle neuen Zuschauer ja ich bin Riki Play mach Gaming Stuff also mach Gaming Sachen ja ok dann spielen wir halt jetzt was anderes hm hier gibt es so dumme Maps hier gibt es so dumme Maps hm ich habe gerade keinen Bock null Bound zu spielen Junge komm besser besser mal was Gutes ähm mal gucken was mal gucken was hier so gibt ach Llama Wars Llama Wars ist schon veraltet nein Llama Wars kein Bock mehr auf das nee Propound auch kein Bock kein Bock ey hm dumme Maps wir machen mal einfach wer hat das hier gemacht das ist doch nicht vom das ist nicht vom originalen Only Up ähm erstelle aber es ist halt ja neu so ok einfach mal zuverwenden wenn irgendwas dummes kommt dann raste ich aus dann raste ich aus so ich habe jetzt wirklich die Augen zu ich kann es euch gerade nicht nein kein Bock kein Bock ey das sind nur Schwitzer so ok let's go scheiß let's go ja ok dann spielen wir halt jetzt ein Propound Spiel ok dann spielen wir jetzt ein Propound Spiel aber nur eine Runde ne zwei wir machen zwei Runden Propound Spiel wenn öffentlich natürlich würde sagen let's go ich habe ein bisschen zu laut geschrien sorry ja das wird lustig ok das Spiel startet ich bin Sucher sofort ok aber nächstes Mal will ich Verstecker sein wohin jetzt da rein ok oh muss ich da reingehen ja stimmt das ist ja ding 10.000 Sachen die ich anklicken kann jo hier sind 10.000 hier sind 10.000 kleine Details wie soll ich hier Spieler finden jemand pfeift hier jemand pfeift hier das nervt ok dann geht's hier mit der raste auf ich raste halt wirklich aus spielen das hier nur Junge wer ist da ich blockiere den stumm schalten so let's go ich habe den blockiert das ist so ein komischer Typ mit Voice Chat ich habe den gerade blockiert nicht schlimm ich habe keine Ahnung was das war ich kann zwar auch Voice Chat anmachen aber das mache ich gerade nicht aber das mache ich gerade nicht kein Box ne irgendjemand ist so ein kleines Typ so eine kleine Flasche also was ist das denn jo nein 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 hier muss ja irgendwo jemand sein ich will einfach Verstecker sein hier gibt es so viele Dinge wo man sich verstecken kann ich werde dann in diesem Spielbereich gehen oh ja oh ja hab Bock diese Ente die sieht zass aus aber das ist kein Spieler hier muss doch jemand sein Tasche die Spieler sind so wahrscheinlich solche Lampen oder so nein es leckt schon wieder scheiße so ich bin jetzt im Wasserfall geil hier ist irgendjemand auf der Toilette versteckt ey ich habe so eine gute Idee ich verstecke mich einfach auf der Toilette ich verstecke mich auf der Toilette Junge hier ist ich finde hier kein man hat Glück wenn man so fest weil ne Verstecker meinte ich also ey jo ist hier wieder jemand mit Voice Chat bitte bitte nicht bitte nicht komm Toilette nein was soll'n das ich finde hier gar nicht wo sind denn hier Leute die sind glaub ich hier irgendwo in dem Bereich das kann ja wohl nicht sein die nehmen diese Dinger ein ja weil die springen schön XP ich liebe die immer ich liebe diese XP hier kann man schön XP fahren merkt euch die Messe dann können wir hier das ist hier alles einfach nur verwirrend ich ziehe mal die Bahn wenn hier irgendjemand ein nein nein nicht schon wieder nicht schon wieder so mal mit Voice Chat Stummschaden es war ein Franzose Junge ein Franzose Junge nur No Skins nur No Skins ich heiße No Skins also also Fake No Skins hasse ich echt No Skins ja die sind geil die sind voll witzig ich finde hier gar nichts mehr ich finde gar nichts mehr ich gehe zur Lobby aber schon eine gute Map wenn ihr das irgendwie spielen wollt dann jo könnt ihr es halt spielen aber schon schlechte Map ich habe auch irgendwie Bock kreativ zu spielen zu kreativ Modus so Mörder Mystery interessant jo es ist ein Only-Ear-Abspiel aber nur mit Autos was ist das für ein Trash Pokémon gibt es hier das ist Pokémon oh ein Gun Game kein Bock auf Gun Game warte müssen hier was Gutes finden Rot gegen Blau Junge Rot gegen Blau ist immer ein hier Rot gegen Blau let's go Rot gegen Blau es ist immer ein cooles Spiel let's go Rot gegen Blau ich liebe diese Map ich liebe einfach diese Map ich liebe sie es wird Party gemacht Party wird jetzt gemacht so let's go Ey ich liebe Rot gegen Blau Rot gegen Blau ist legendäres Spiel ich meine das jetzt ehrlich das ist legendär oh let's go ich bin gespannt ich muss hier noch auf die ich bin der vierte Spieler oha das ist mir noch nie passiert jetzt ehrlich da war ich schon mal der erste ich glaube schon ich bin jetzt hier oben ich fahre ich mit meinem Banana-Wagen da sitzt eine Banana drin in dem Emote so schreck mich hier hinten damit ich in Ruhe Bandsen Party machen kann passen dann gehe ich hier ganz nach oben da mache ich dann Party so Party let's go let's go Leute Party Party Time ich werde hier alles regeln außer hier sind solche OP-Schwitzer außer hier sind OP-Schwitzer ich liebe dieses Spiel Junge die haben hier schon ein gutes Level aber mein Level ist 389 ja ist schon wenig ja ja ist wenig das ist gar nicht wenig das ist viel ultra viel yes ich bin im Raum ich bin im Secret Raum das müsst ihr euch merken das müsst ihr euch merken bei dem Secret Raum Emote machen und dann durch so let's go ab zum Tresor da könnt ihr dann einlösen da könnt ihr dann hier reingehen so ich nehme nur ein Pump und Jagdgewehr mit sonst kann ich alles liegen lassen so das brauche ich nur ein Sniper und ein Jagdgewehr ich glaube hier sind wirklich Schlitter drin aber ich weiß nicht oh direkt mal ein Kill aber der hatte nur noch ein HP er kann einfach gar nichts er snipet einfach nur im Nahkampf so dumm ey so dumm so let's go let's go let's go oh jemand ist in Lüftungsschacht jemand ist in Lüftungsschacht let's go du wirst sterben wo bist du bist du bei Team Rot ja so die Ehre genommen einfach ja ich fahre jetzt bis auf 550 weil dann kann ich mir die OP pumpen und danach auf den Bomber er spielt jetzt nur mit Pump ach ne er ist gleich da und ich bin gleich da man 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 das war gut das war gut ich hätte ihn fast gekillt aber ich bin kein Problem wenn ich manchmal gekillt war ich bin auch kein OP-Spieler hier ist irgendjemand wo jemand hier ist ist irgendwo jemand er ist safe hier versteckt er sich hier wenn hier irgendwie jemand reinkommt dann ist er tot nein ja yes yes ich wäre fast tot scheiße 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 hier muss man immer mitnehmen hier ist immer so das war gerade so risky im Lüftungsschacht ich soll jetzt hier ja besser snipen die haben alle die Havoc da geht die Post ab im Lüftungsschacht okay ich muss da jetzt reinstehen jubel von allen Seiten auf einmal ja von allen Seiten das war unfair das war unfair warte hier ist irgendjemand mit Voicechat stumm schalten keinen Bock auf den wirst du halt instant gefällt verstecken sich hier irgendwo ah dieser kleine Sprayer ich hasse Sprayer ich hasse Sprayer die nur sprayen ich hasse die ey ich sterbe jetzt immer nur wegen dem ich hasse nur auf ich hasse aus ey oh Juge das war der beste Sniper in der Luft oh Juge Juge in der Luft gesnipht schon wieder schon wieder ich bin der beste Sniper auf einmal geworden auf einmal auf einmal bester Sniper geworden bester Sniper Veteran Juge es kann einfach nicht sein wie schnell ich das hier machen wie schnell ich hier leute schnauze ah kill 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 so kann man immer machen ich bin tot ja das waren halt zu viele Leute jetzt ehrlich das waren zu viele Leute ja der ist tot von beiden Seiten von da und von da ja der sprayt nur boom kill easy kill easy kill easy kill nein 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 scheiße 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 immer voll hier das ist wichtig voll hier ist wichtig so okay zwischen die beiden das ist glaube ich so ein das ist so ein killer duo die zwei die beiden Typen die ganz gleich aussehen ich gehe mal in den Lüftungsschacht ja ich glaube da geht auch die Post immer kurz nach hinten gucken nein da ist keiner alles ist gut boom headshot 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 easy kill okay 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 das geht schnell abgesnipht zu werden im Lüftungsschacht oben da oben sind halt welche die kommen halt immer wieder im Lüftungsschacht was ist da aus die schnappen nicht immer wieder jemand geht gerade in Lüftungsschacht der denkt sich oh glaube ich hier geht gar nichts ab okay das ist zu zu viele Schwitzer aber ich habe einen 101 Schaden gemacht das war schon gut so viel Kills habe ich ne gucke ich nicht nach sonst wird es instant Junge von der Base aus von allem aus das ist ja ehrenlos komplett ehrenlos von da oben noch Uhrzeitschrubflinne wo ist die ich glaube das ist die Uhrzeitschrubflinne ist okay jeder unterschätzt die einfach nein Uhrzeitschrubflinne die gibt es sogar oh mein Gott die ist ja OP oh mein Gott es gibt es einfach für Uhrzeitschrubflinne es ist OP nee ich hole mir die nicht ich hole mir die One-Shop haben kein Bock aber irgendwie will ich die auch austesten nachdem ich die One-Shop fand Aha jetzt springst du weg jetzt hast du Angst Lava Rennigock Raider von allen Seiten ey der Tresor ist auf Charlie Junge hier ist noch ein hier ist noch eine Banane hier ist noch eine Banane einfach ich will nur in den Lüftungsschacht gehen von jeder Seite von hinten von vorne von rechts von links von oben von unten ist so von jeder Seite immer immer wieder immer wieder das gleiche spielen jetzt noch mit Bomber wie immer wie immer wie immer ey pass auf pass auf Team Ed hab ihr das gemacht da geht draußen die Forster passt Junge Charlie ist einfach besser das Ding ich muss mich auf Charlie verlassen diese kleine Banane geben nein ich bin gleich da und danke er hat mich einfach gerichtet Ballon rückst move 1 2 3 4 nein komm Charlie Charlie nein nein Junge ach Leute ich nehme schon 37 Minuten auf ja ok ich glaube das reicht gleich mit dem Video so ich verabschiede mich hier noch das war cool endlich mach ich mal hier wieder Content auf dem Kanal und tschüss Leute tschüss